Tägliche Andachten von Derek Prince Gelesen von Daniel Tracy 10. September Im Heiligen Geist dienen Der nächste Hauptzweck der Handauflegung, wie sie im Neuen Testament praktiziert wird, besteht darin, denjenigen zu helfen, die die Taufe im Heiligen Geist suchen. Um die Rolle, die die Handauflegung dabei spielt, richtig einschätzen zu können, ist es notwendig, kurz alle Berichte in der Apostelgeschichte darüber zu betrachten, wie Menschen die Taufe im Heiligen Geist empfangen haben. Es gibt insgesamt fünf solche Berichte. Erstens, die ersten Jünger im Obergemach in Jerusalem am Pfingsttag, siehe Apostelgeschichte 2, die Verse 1 bis 4. Zweitens, die Neubekehrten in Samaria, siehe Apostelgeschichte 8, 14 bis 20. Drittens, Saulus von Tarsos, der spätere Apostel Paulus in der Stadt Damaskus, siehe Apostelgeschichte 9, Vers 17. Viertens, Cornelius und sein Haus, siehe Apostelgeschichte 10, die Verse 44 bis 46. Und fünftens, die Jünger in Ephesus, denen Paulus predigte und diente, siehe Apostelgeschichte 19, die Verse 1 bis 6. In drei dieser Fälle erhielten diese Personen die Taufe im Heiligen Geist, indem ihnen von anderen Gläubigen die Hände aufgelegt wurden. In Samaria legte die Apostel Petrus und Johannes den Neubekehrten die Hände auf und beteten für sie, dass durch die Handauflegung der Apostel der Heilige Geist gegeben wurde. Apostelgeschichte 8, Vers 18. In Damaskus legte der Jünger Ananias dem Saulus von Tarsos die Hände auf, damit er sein Augenlicht wieder erlangte und auch mit dem Heiligen Geist erfüllt werde. In diesem Fall wurden Saulus sowohl die körperliche Heilung als auch die Taufe im Heiligen Geist von Ananias durch eine einzige Handauflegung zuteil. In Ephesus empfingen die Jünger, denen Paulus diente, den Heiligen Geist erst, nachdem Paulus ihnen die Hände aufgelegt hatte. Wenn wir diese Fakten nun in Prozentzahlen zusammenfassen, können wir sagen, dass in mehr als 50% der Fälle in der Apostelgeschichte, in denen Menschen die Taufe im Heiligen Geist empfängen, dies durch das Auflegen der Hände durch andere Gläubige geschah. Sicherlich ist dies nicht die einzige Art und Weise, in der Menschen die Taufe im Heiligen Geist empfangen können. Im Obergemach in Jerusalem und im Haus des Cornelius empfingen die Anwesenden die Taufe im Heiligen Geist direkt, ohne dass ihnen jemand die Hände aufgelegt hätte. Auf der Grundlage aller betrachteten Fälle können wir jedoch sagen, dass es sowohl normal als auch biblisch ist, dass diejenigen, die die Taufe im Heiligen Geist suchen, von anderen Gläubigen durch Handauflegung dies dann auch erhalten. Manchmal wird behauptet, dass nur die Apostel oder besondere Amtsträger der Kirche in der Lage waren, diesen Dienst des Handauflegens auf andere Gläubige auszuüben, damit sie mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Dies wird jedoch von der Heiligen Schrift nicht bestätigt. Ananias, der Saulus von Tarsos in Damaskus zu diesem Streck die Hände auflegte, wird lediglich als ein Jünger beschrieben. Apostelgeschichte 9, Vers 10 Es gibt keinen Hinweis darauf, dass er ein besonderes Amt oder eine besondere Stelle in der Kirche innehette. Dennoch wurde er von Gott selbst angewiesen, demjenigen die Hände aufzulegen, der dazu bestimmt war, der große Apostel für die Heiden zu werden. Dies steht im Einklang mit dem, was Jesus sagt. Diese Zeichen aber werden die begleiten, die gläubig geworden sind. In meinem Namen. Sie werden in neuen Sprachen reden, Kranken werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohl befinden. Markus 16, 17 und 18 Hier verbindet Jesus die beiden übernatürlichen Zeichen des Sprechens in neuen oder anderen Zungen und des Handauflegens auf Kranke zur Heilung eng miteinander. Und er sagt, dass diese beiden Zeichen dem Zeugnis derer, die Glauben folgen oder sie begleiten werden. Das heißt, die Ausübung dieser übernatürlichen Zeichen ist nicht auf eine besondere Klasse von Gläubigen wie Aposteln oder Bischöfe oder Evangelisten oder Pastoren beschränkt, sondern steht allen Gläubigen offen. So wie die Heilige Schrift allen Gläubigen den Dienst des Handauflegens auf Kranke zur Heilung offen lässt, so lässt die Heilige Schrift auch allen Gläubigen den Dienst des Handauflegens auf andere Gläubige offen, damit sie den Heiligen Geist empfangen. Sie können mir gerne das folgende Gebet nachsprechen. Herr Jesus, wir danken dir für das Vorrecht, dass wir, die wir an dein vollbrachtes Werk am Kreuz glauben, deine Mitarbeiter sein dürfen und darüber hinaus durch das Wirken deines Heiligen Geistes ausgerüstet sind, Menschen die Hände aufzulegen, um sie in ihrer geistlichen Berufung zu stärken und auszurüsten oder auch um zu heilen. Amen.